Reden Sie mit dem Gewerkschaftsführer in Villaverde. Vielleicht bringt er die Minenarbeiter ja von der Pyrolosid-Förderung für das Kartell ab. Doch es ist nie von Dauer. Der Buddhist gilt für die Welt. Das Ziel des Buddhisten ist nur zu fliegen. Ich habe Prakatari um Verstärkung gebeten. Was ihm das Glück nimmt, aber auch das Leiden. Ich sage ruhig, Glück sollte mir nicht beinen. Es sollte auch nicht das Ziel sein. Ihr solltet nicht mehr nach Freude verlangen, als ihr vortragst. Der Gewerkschaftsführer. Unterhalten wir uns mit ihm. Wir haben gehört, Sie wollen dieses Santa Blanca-Typen loswerden. Por supuesto. Wer will schon ein Sklave dieser Narcos sein? Wenn wir das erledigen, wären Sie dann bereit, die Minen aufzugeben? Pero no pueden. Sie können nicht alle Santa Blanca-Söldner im Land umbringen. Naja, das vielleicht nicht. Aber wir können genug davon ausschalten, damit Sie Zeit bekommen, mit Ihrer Familie zu fliehen. Se lo agradezco mucho. Santa Blanca hat die Minen San Marquesa übernommen. Erobern Sie die Miene. Und wir können uns befreien. Das werden wir tun. Bin drinnen, vorwärts. Aufpassen, wir haben Gesellschaft. Da ist ein Sicario mit einer Minigun. Bei dem Container. Da ist noch ein Tango. Vorsicht, hier im Bergarbeiterbezirk wimmelt es von Santa Blancas. Wir schalten Sie aus. Dann können die Bergleute vielleicht endlich ehrlicher Arbeit nachgehen. Ich sehe einen Narko. Weiter geht's. Scharfschütze im Turm. Ich habe hier ein Ziel der Maschinenpistole. Hey, Kartellschütze. Drüben am Geschütz. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Ich sehe einen Hauptmann. Wir sind jetzt bei zehn. Wir haben sie aufgescheucht. Himmel, das Kartell hat ein paar Einheimische aufgeknüpft. Vergeltung. Uns kriegen Sie nicht, also nehmen Sie die Einheimischen. Dafür werden Sie bezahlen. Ah! Sontanbarika! Entdeckung, verdammt! Mist, Scharfschütze! Ich lege an. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Mein Geschütz! Moment, ich komme! 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 Okay, ich komme! Moment, ich komme! Ich komme! Okay, ich komme! Ich komme! Ich komme! Ich komme! Ich komme! Ich komme!